Also ich würde sagen, wir verdauen es gerade ein bisschen, konnten gerade schon mal ein bisschen feiern und es ist einfach ein krasser Tag für uns, für unser Team, für alle, die daheim mitgefiebert haben, für die Mädels, die an der Strecke standen und nicht laufen konnten. Also es ist ein sehr emotionaler Tag. Ich glaube, wir haben den lange herbeigesehen, dass uns das gelingt und wir sind unglaublich stolz, dass es heute gepasst hat. Die Freude ist riesig. Ich glaube, ganz Deutschland feiert mit uns. Ja, das ist total cool. Ich glaube, alle sind stolz und freuen sich mit uns. Ja, also das Handy bebt und man kriegt einfach wahnsinnig viele Nachrichten. Ich glaube, es haben so viele verfolgt und das macht uns ganz stolz.